Ö1 Podcast Hallo und herzlich willkommen bei der Ö1 Bücherbox. Im Mittelpunkt unserer 13. Staffel ein Überwachungsstaat, der jegliche Individualität zerstört, ein totalitärer Staat, in dem Frauen keine Rechte haben, die beste aller Welten, die bei genauerer Betrachtung jedoch in ein Schreckbild kippt. Eine Gesellschaft, in der Gesundheit als höchste Bürgerpflicht gilt. Die vier Romane stehen also ganz im Zeichen von Dystopien, verstörende Zukunftsszenarien und Gegenwartskritik zugleich. Mein Name ist Julia Reuter und in Folge 1 habe ich mich mit dem Literaturkritiker und Vermittler Florian Barani über jenen Roman unterhalten, dessen Inhalt seit seiner Erstveröffentlichung 1949 nicht an Aktualität zu verlieren scheint. Stichwort Big Brother is watching you. George Orwell 1984 Im Flur roch es nach gekochtem Kohl und alten Lumpenmatten. An einem Ende war ein farbiges Plakat, für drinnen eigentlich zu groß, an die Wand geheftet. Es zeigte lediglich ein riesiges, über einen Meter breites Gesicht. Das Gesicht eines Mannes von ungefähr 45 Jahren, mit dickem schwarzen Schnauzbart und groben, aber stattlichen Zügen. Es war eines jener Bilder, die so gestaltet sind, dass einem die Augen überall hin folgten. Der große Bruder hat dich im Blick, stand darunter. 1948 legte der Reporter und Schriftsteller George Orwell durch Austausch zweier Ziffern den Titel seines letzten und bekanntesten Romanfestes 1984. Florian Barany, wir beide haben den Roman bereits mehrmals gelesen. Wie ist das Ihnen denn ergangen? Hat sich Ihr Eindruck von diesem dystopischen Werk verändert? Ja, also mein Eindruck hat sich massivst geändert, weil ich das Buch insgesamt zweimal gelesen habe. Das erste Mal wie eine oder mehrere Generationen inzwischen im Englischunterricht. Das heißt, das ist schon eine ganze Zeit und eine ganze Weile her. Bei der Neulektüre oder Wiederlektüre jetzt sind mir quasi die Schuppen ein bisschen von den Augen gefallen, weil wenn man das als 16, 17-Jähriger liest, bekommt man ja so eine Art Lektüreanleitung. Da weiß man, es ist ein großer dystopischer Roman gegen Totalitarismen und liest das immer so mit einer geschichtlichen Folie. Also man weiß, wann Orwell gelebt hat, man weiß, in welcher Zeit das situiert ist, wovor er warnen wollte. Und wenn man das jetzt liest, dann kriegt das eigentlich eine zweite Ebene, weil viel von den Dingen, die vorkommen in 1984 und 1984, eigentlich unsere Gegenwart ganz massiv berühren. George Orwell, geboren 1903 im indischen Mutihari, gestorben 1950 in London, hieß eigentlich Eric Blair. Seine Ausbildung erhielt er unter anderem dank eines Stipendiums an der Elite-Universität Eton, wo für kurze Zeit Aldous Huxley sein Lehrer war, der Autor von Schöne neue Welt. 1984 war Orwells letzter Roman, den er ein Jahr vor seinem Tod veröffentlichte. Davor hatte er schon die Stalinismus-Satire Animal Farm geschrieben, sowie Reportagen über soziale Missstände in England, den britischen Kolonialismus in Burma oder über den Spanischen Bürgerkrieg, in dem er gegen das Regime Frankos mitgekämpft hatte. Der Inhalt des Romans beschreibt eine politische Konstellation, in der die Hauptfigur Winston Smith als niederer Beamter einer totalitären Partei arbeitet und so ein bisschen die Sonde ist, mit der wir dieses politische Gebilde Ozeanien, einer der drei Machtblöcke, aus denen die Welt besteht, kennenlernen. Und viel von dem, was man sozusagen von Orwell immer im Ohr hat, wenn man 1984 hört, also die Ersetzung der Sprache durch neue Begriffe, das Newspeak, die Kontrolle über diesen ein bisschen mythischen Diktator, Big Brother, der alle kontrolliert, aber niemals sichtbar wird. Wenn man auch nicht weiß, gibt es ihn tatsächlich oder ist er nur ein Konstrukt? Ist er nur ein Konstrukt, genau. Diese Dinge lese ich jetzt ganz anders in einer Gegenwart, die über Teile so funktioniert wie diese Dystopie, nämlich die Medialisierung der Gesellschaft ist quasi so weit fortgeschritten in unserer Gegenwart wie in dem Roman. Und das war vor 20 Jahren, als ich das in der Schule gelesen habe, noch nicht einmal denkmöglich. Das war auch noch Science Fiction, in der wir uns jetzt letztendlich befinden. 1984 ist in drei Teile gegliedert. Im Zentrum der Handlung steht der 39-Jährige Winston Smith, der im ehemaligen London lebt, nunmehr Teil von Ozeanien, einem totalitären Überwachungsstaat. Winston hat sich verbotenerweise ein Notizbuch zugelegt, um seine Gedanken niederzuschreiben, obwohl die Gedankenpolizei allgegenwärtig ist, sowie die in jedem Haushalt eingebauten Teleschirme, die der Überwachung dienen und rund um die Uhr Propaganda senden. Gedankendelikt hat nicht den Tod zur Folge. Gedankendelikt ist der Tod. Der zweite Teil des Romans handelt von seiner Affäre oder Beziehung mit Julia, ebenfalls ein Parteimitglied, die in der Literaturabteilung arbeitet und die ihre Sexualität heimlich auslebt als quasi Revolution gegen das System und das dann auch mit Winston tot. Ihre Umarmung war eine Schlacht gewesen, der Orgasmus, ein Sieg. Es war ein gegen die Partei geführter Schlag, ein politischer Akt. Und den beiden ist von Anfang an klar, sie werden irgendwann erwischt. Gleichzeitig ist dieser zweite Teil der, wo diese Kälte sich für eine gewisse Zeit ein bisschen auflöst, auch weil sie einen gewissen Teil ihrer Affäre in der Natur sind, danach in diesem Hinterzimmer, bei diesem Altwarenhändler. Also da kommt schon ein bisschen mehr Wärme rein, hat man das Gefühl, in den Roman, oder? Ja, das sind sowas wie eigentlich utopische Orte oder utopische Räume, die in diesen Roman eingelagert sind. Das wirklich Spannende ist, dass diese utopischen Räume immer zuerst in Träumen vorkommen. Also Winston träumt relativ zu Beginn noch im ersten Teil von seiner Mutter und seiner Schwester, die offensichtlich zu Tode gekommen sind, in einer, wie es heißt, einer der ersten Säuberungen innerhalb der Partei. Das muss in den 50er Jahren gewesen sein. Und in diesem Traum kommt dann ein utopischer Ort vor, der heißt das Goldene Land. Und diese Szene, wo dann auch eine Frau vorkommt, die sich mit einem Griff entkleidet, und das findet er wahnsinnig spannend, nicht weil es ihn irgendwie Begehren in ihm auslöst, sondern weil es so eine Widerstandshandlung für ihn symbolisiert zur herrschenden Ordnung. Diese Szene wiederholt sich dann mit Julia. Also sie treffen sich geheim, um eine Affäre zu haben, eine Liebschaft zu haben auf dem Land. Und das sieht dann genauso aus wie dieses vorher geträumte Goldene Land. Er hat prophetische Träume, weil er träumt ja in gewisser Weise auch von O'Brien, den Antagonisten, der aus der inneren Partei ist und der ihn später dann foltert im Zimmer 101. Erinnern Sie sich, in Ihr Tagebuch geschrieben zu haben, Freiheit bedeutet die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei vier ist? Ja, sagte Winston. O'Brien hielt die Linke hoch, mit dem Handrücken zu Winston, den Daumen versteckt und die vier Finger ausgestreckt. Wie viele Finger halte ich hoch, Winston? Vier. Und wenn die Partei sagt, es sind nicht vier, sondern fünf, wie viele dann? Vier. Das Wort endete in einem Schmerzensschrei. Dass zwei und zwei addiert nicht vier, sondern auch fünf ergeben kann, wird im Roman als Beispiel für das sogenannte Doppeldenk angeführt. Doppeldenk, so im englischen Original, bedeutet somit die Fähigkeit, gleichzeitig zweieinander widersprechende Überzeugungen zu hegen und beide gelten zu lassen. Ein wesentlicher Aspekt in 1984 ist das sogenannte Neusprech. Das ist eine stark verknappte Sprache. Heute würde man vielleicht dann süffisant von den Emojis reden. Und diese Neusprech wurde von der Partei eingeführt, um das Denken der Bevölkerung einzuschränken. Also Denken hängt ja von Wörtern ab. Und je weniger Wörter es gibt, desto schwieriger ist es, eigene kritische Gedanken zu formen. Im Anhang von 1984 findet sich eine Art Essay von George Orwell über Neusprech. Und weil darin über Neusprech in der Vergangenheit geschrieben wird, also aus einer Zukunftsperspektive, ist ja eigentlich anzunehmen, dass das repressive System der Partei von Big Brother irgendwann überwunden wurde und Neusprech sich nicht durchgesetzt hat, oder? So kann man es natürlich lesen. Ich meine, das kommt ein bisschen darauf an, ob man das jetzt als Teil der Romanhandlung sieht oder als Paratext. Wenn man es als Paratext sieht, dann weiß man, man lebt in einer Wirklichkeit, in der sich diese Dystopie nicht eingelöst hat und kann darüber reflektieren, was man daraus für die Gegenwart lernen kann. Oder man sieht es als Teil der Romanhandlung, dann muss man eigentlich den Schluss ziehen, nach narrativer Logik. Ich glaube, dass es eigentlich Orwell darum ging, sozusagen Tendenzen von faschistischer Sprache in erster Linie noch einmal in ihrer Funktionsweise zu beschreiben. 2021 veröffentlichte die US-amerikanische Essayistin Rebecca Solnit ihr Buch Orwells Rosen. Nach einem Besuch in Orwells Garten entdeckte Solnit, dass dessen Rosen bis heute blühen. Ich habe ihr Buch gelesen, bevor ich 1984 wieder gelesen habe. Und Rebecca Solnit beschreibt darin, dass ihr nach wiederholtem Lesen von 1984 aufgefallen sei, Zitat, wie viel Sinnlichkeit, Schönheit und Freude in 1984 vorkommt. Und prompt ist auch mir bei einer der ersten Seiten, wie die Szenerie beschrieben wird von den heruntergekommenen Häusern und irgendwo dazwischen, diesen zerbombten Grundstücken, gibt es aber auch Weidenröschen, die so irgendwie rauswachsen und dem Ganzen widerstehen. Können Sie dieser Beobachtung Solnit etwas abgewinnen? Ja, also dieses Orwells Rosen, das ist ein wirklich fulminanter Essay, der ganz viele Dinge, ausgehend von der Beobachtung, dass zwei der Rosenstöcke, die Orwell 1945 in seinem Landhaus gepflanzt hat, noch immer existieren, davon ausgehend unglaublich viel verknüpft. Also eigentlich so eine Kartierung der politischen Landschaft zu Orwells Zeit, also vom Spanischen Bürgerkrieg bis zu Ende des Zweiten Weltkrieges. Da geht es ganz viel um Naturbeherrschung, da geht es um Widerstand, da geht es um Ästhetik, da geht es bis hinauf zu Trump und politische Strategien und so weiter. Und das ist das sehr Besondere an Rebecca Solnit schreiben, dass sich so eine Themenvielfalt anhand von ein, zwei Motiven bei ihr immer ausgeht. Also das ist ganz fantastisch. Was ich bei ihr über 1984 gelernt habe, das ist das, was sie angesprochen haben. Sie sagt, das wird immer als Dystopie gelesen, aber eingelagert ist eigentlich so ein warmer Blick und der kommt nicht nur von Naturbeschreibungen oder Natur als Ressource für emotionale Ausgeglichenheit, sondern auch von Dingen, die zu nichts Nützes sind. Sie macht das fest an einem Objekt, das Winston Smith auch in diesem Altwarnladen kauft. Also ich habe es mir immer vorgestellt wie so eine Schneekugel. Sie beschreibt es ein bisschen anders. Sie beschreibt es als Briefbeschwerer mit einer Glaskugel und drin ist eine Koralle. Und das hütet er wie einen Schatz, aber er hat überhaupt keine Ahnung, wozu ihm das dienen sollte und wozu dieses Objekt gut ist. Und Rebecca Solnit sagt, das ist eigentlich die Essenz von 1984, dass es eine Widerständigkeit in Ästhetik gibt, dass man sich an kleinen Dingen oder an Schönheit erfreuen kann, auch in noch so widrigen politischen Umständen. Und das ist das, was man sozusagen von Orwell lernen kann. Und wenn man diesen Blick, diesen sehr ungewöhnlichen und sehr scharf beobachteten Blick an 1984 anlegt, dann erschließt sich das tatsächlich. Florian Barani, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Zu Gast bei Julia Reuter war Florian Barani. Der Literaturkritiker und Vermittler arbeitete unter anderem als Kulturredakteur für ORF-AT und war Mitentwickler der Plattform ORF-TOPOS. Seit März 2024 leitet Florian Barani den Veranstaltungsbereich im Literaturhaus Wien. Das war eine Folge der Ö1-Bücherbox, Staffel 13 zum Thema Dystopien. 1984 von George Orwell ist seit dem Auslaufen des Urheberrechts in zahlreichen deutschen Übersetzungen erschienen. Wir empfehlen jene von Lutz W. Wolf im Verlag TCV sowie jene von Eike Schönfeld im Surkamp Verlag. Die Romanzitate hat Esther Holloschi gelesen. Gesprochen hat außerdem Raphael Sass. Gestaltung, Redaktion und Idee Julia Reuter. Im Mittelpunkt der nächsten Folge steht der Roman Der Report der Markt von Margaret Atwood.